So, da sind wir wieder, in unserer wunderbaren Grabungs-Urkunden-Gedöns. Da bringt sich gerade ein Skelett wieder selber um. Immer dieses Selbstmörder, sag mal so. Unglaublich. Das fängt schon mit den Skeletten an. Haha, ja, Skelett, Selbstmörder, kommt mir wieder, Achmed wieder vor. Achmed der Terrorist. Einfach nur Kult. Ihr, der kennt, weiß, wovon ich rede. Achmed, der Terrorist. Müsst ihr mal bei YouTube, wer nicht kennt, geht mal bei YouTube ein, Achmed, also A-C-H-E-D. Und dann der tote Terrorist auf Englisch, also der Terrorist, das müsst ihr euch mal angucken. Ich sag euch Leute, ihr lacht euch weg. Das ist einfach nur so geil. Ja, das Eisener Spratz habe ich jetzt mal absichtlich weggelassen, weil... Ja, mit dem Fahrschl hochkommen, ich glaub's beruhnt. Sooo, da sind wir ja schon an der Quelle von... Ui! Sollte mich säug ich schon. So, und schön abbauen, abbauen. Jetzt fängt's aber grad an richtig zu regnen. Ich hab wieder gleich kein... Jetzt sag mal, ich hab mir kein Holz mitgenommen. Natürlich nicht. Ah, ich hab doch gewiss schon irgendwas vergessen. Scheibenhonig. Scheibenkleister. Jetzt fängt er mit raus, riechst uns direkt an. Oh yeah. Oh yeah. Na, super Idee. Hm. Jetzt habe ich natürlich keine Fackel mehr. Ich hab's gewiss, ich hab irgendwas vergessen. Ich hab's gewiss, natürlich. Holz. Holz, damit ich mal Lampen bauen kann. Na toll. Na gut, das heißt, wieder zurück. Zumindest mal den Weg zurückfinden. Erstmal. Jetzt muss ich erstmal den Weg wieder nach Hause finden. Nein, du bist nicht mehr... Du bist nicht mehr zu Hause. Wie gesagt, lieber. Komm nicht schon runtergeregnet, oder was? Ich hab's doch gesagt, es regnet, aber es regnet auch keine Zombies. Hm. Doof, doof, doof. Wie komm ich hier wieder raus? Da unten nix hab ich weiter da. Nein. Ich will raus hier. Ich doof komm, hab nur ich wieder Holz vergessen. Ah, jetzt hab ich noch einen Enderman. Komm, du Kischarm auf die Schnauze. Ich kann mir keine Wege merken. Man merkt's, oder? Kann das sein, dass man's merkt? Nein, da auch nicht. Na gut. Bevor ich jetzt hier lange rumsuche, Leute. Bereche ich, also ich tu die Folge jetzt hier beenden. Such den Weg draußen. Und, würde ich sagen, in der nächsten Folge... Oder wohl, ich guck mal, vielleicht find ich ihn doch. Da unten ging's, glaub ich, weiter. Kann das sein? Ich bin mich irgendwo runtergelaufen und bin wieder hochgelaufen. Hm. Ja, da ging's auch noch weiter. Stimmt. Aber... Pfui. Das war knapp. Das ist das, wenn wir genau die falsche Taste drücken. Ja, ich weiß, da ist noch Kohle. Ich weiß, ich will das mal raus jetzt hier. Ich bin grad deprimiert, weil ich keine Flagge mehr mitgenommen habe. Ich bin jetzt deprimiert. Ich bin nach Hause. Was willst'n du da unten? Ich will heim. Wie komm ich hier wieder raus? Äh. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, da ist das da. Ich weiß, da oben auch noch Kohle. Also ich glaube, ich werde noch öfters hier reinkommen. Ging's hier weiter? Ich weiß, ich muss zum großen Wasserfall. Zum großen Wasserfall. Wie? Ah, ich drück mal die falsche Taste. Heben wir das Sakura mit doch mal. Eins, zwei, drei. So, da ist der große Wasserfall. Ich glaube... Ja, ich drück immer die falschen Tasten. Ja, da geht's raus. Ihr habt ihn gefunden, den Ausgang. Da nach oben. So, dann buddeln wir uns jetzt nach oben. Bzw. wir blocken uns. Wir blöcke uns. Dumm, 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 dumm. Ja, ich werde nächstes Mal hier eine Treppe nach unten bauen. Das ist dann, glaube ich, einfacher, als wir die ganze Zeit immer diese Blöcke holen und zu basteln. Ja, das ist, glaube ich, wesentlichst einfacher. Doink, doink. So, da sind wir schon wieder. Wir haben's gefunden und wir haben's gefunden. Aber wie ihr seht, es ist Nacht. Nein! Ach, Menno. Du bist ein blöder Creeper, du blöder. Ah. Hm. Ist die Frage, kann ich das da bauen? Ja. 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 Nein. Hm. Gut, da war ein Nein. Gut, der Rest war ich noch. Ah, jetzt kann ich die ganze Treppe wieder so... Tata-Tata-Tata-Tata! Doope Droide! Der wollte uns doch grad Starthilfe geben. Nein, nein, neiiiiiiin! Bogen der Gerechtigkeit! Fliege und sieg! Haha, ich spiele Legolas. Mami! Ich will heim. Sei mir zu doof hier. Ich gehe heim. Ich mache zwei Amts. Boing, boing, boing. Achja, man kann es nicht lassen. Man kann es einfach nicht lassen. Man muss immer irgendwas abbauen. Abbauen, 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 abbauen. Abbauen, 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 alles weg bauen, abbauen! So. Weiter geht's. Boing, 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 boing. Und das ist unser Zuhause. Runter, runter, runter. Sehr schön. Ah. Und es wächst und gedeiht alles. Perfekt. Gut. Das war es, unsere erste Reise. Du guckst nicht an. Du guckst nicht rein. Du guckst nicht rein. So, das war es mit unserer ersten Reise. Zu dieser Mine, wo wir noch sehr lange dran arbeiten werden. Mit dem Bestlegen verabschiede ich mich von euch erstmal. Erstmal aufstehen hier. Perfekt. So, ich werde erstmal alles hier wieder wegpacken. Alles einschmelzen und sonstiges. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.